Herzlich Willkommen! In diesem Video zeige ich euch wie man den Pflegespray Buttermilch Malweb von Sanol Biokosmetik verwendet und für was man ihn alles nutzen kann. Das ist ein Pflegespray für die Haare, dass man sie besser durchkämmen kann und aber auch für die Kopfhaut, um die Kopfhaut zu nähren. Also wenn ihr juckende Kopfhaut habt, ist er super oder ihr könnt es auch auf die trockenen Haare spreien, also auf die Kopfhaut, das ist auch kein Problem. Ich verwende ihn hauptsächlich um meine Haare besser zu kämmen und um die Haare zu pflegen. Er enthält Himmelblätter, Quendel, Kornbluten, Kornblumen, Ringelblumen, Rosenblüten, Lavendeldaulat, Buttermilch, also sehr 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 pflegen, 100% natürlich und wirklich riecht auch sehr sehr angenehm. Also zuerst schütteln, ganz wichtig und dann sprühe ich ihn einfach. Also ich sprühe ihn auch auf die Kopfhaut. So hier oben. Ich habe jetzt keine juckende Kopfhaut, aber trotzdem. Ganz wichtig, bevor man den Spray aufprägt, vielleicht schon kurz die Haare bürsten, muss man aber nicht unbedingt, weil man kann auch, man kann durch den Spray auch die Haare besser durchkämmen. Genau. So, das war es eigentlich schon. Sehr gut geeignet auch bei trockenem Haar, bei lockigem Haar, also wirklich auch sehr vielfältig einsetzbar. Ich gehe jetzt meine Haare föhnen und dann seht ihr dann das Ergebnis. So, jetzt habe ich meine Haare geföhnt und sie sind sehr, ich finde es sehr schön, sie sind sehr weich. Ich habe blondiertes Haar, also gebleichte Strähnen, sagt man dem. Und also wirklich super. Also den verwende ich wirklich selbst regelmäßig und passt perfekt. Ich hoffe, das Video hat auch geholfen und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Ciao, ciao.